Ein Ford Transit mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist zweitürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Servolenkung, Wegfahrsperre, Airbag und vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 4,6 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 20.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Mit Axis Bester Preis Bis zum nächsten Mal.